Er sagt, ey Bruder, wo ist dein Protein? Du kommst zum Training. Und er guckt für mich an und ich sagt, du brauchst Protein, sonst kriegst du nie die Bahn-Babo-Arme. Und dann lacht er und freut sich. Und so kam das eben auch, dass der eine zu mir sagt, du bist voll stabil. Und ich sagt, ich bin massiv. Und der andere sagt, du bist klotz, du bist der Bahn-Babo. So war der Bahn-Babo geworden.